Heute haben wir 10 Geschenkideen für Hobbyastronomen und Fans der Astronomie im Programm, denen Sie mit diesen Produkten ganz bestimmt eine Freude machen. Herzlich willkommen im Astronomie-Kanal von AstroShop. Mein Name ist Markus Schenk. Es ist Weihnachtszeit, überall glitzert es, man freut sich vielleicht auf den ersten Winterspaziergang, doch oft ist von Entspannung überhaupt keine Spur. Denn man stellt sich die Frage, was kann ich dieses Jahr bloß schenken? Natürlich an Leute, die sich für Astronomie interessieren. Die folgenden 10 Geschenkideen kosten nicht mehr als 250 Euro. Genauer gesagt haben wir drei verschiedene Preiskategorien zusammengestellt, denn natürlich will nicht jeder oder kann nicht jeder genauso viel für ein Geschenk ausgeben. Übrigens, wenn Sie dieses Video nicht an Weihnachten, sondern unter dem Jahr sehen, dann eignen sich die Produkte vielleicht auch für ein Geburtstagsgeschenk oder um sich selbst zu geschenken. Aber legen wir los! Das erste Geschenk ist das Kosmos-Himmelsjahr. Es ist ein Jahrbuch für Himmelsbeobachter und ein richtiges Must-Have für alle Astronomen. Man sollte es unbedingt im Bücherregal haben. Denn schließlich fragt sich der Beobachter, was gibt es da alles für interessante Dinge da oben zu entdecken? Ob man es glaubt oder nicht, der Himmel verändert sich ja. Und darin findet man jeden Monat interessante Himmelsereignisse, Planetensichtbarkeiten, Meteorströme, aber auch astronomische Monatsthemen. Dieses Buch sollte in keinem Astrohaushalt fehlen. Der Atlas für Himmelsbeobachter ist nützlich für alle, die mit einem Teleskop Deep Sky Objekte anschauen wollen. Hier steht genau drin, wo ich diese Objekte finde. Ohne ist man am Himmel einfach verloren. Sie suchen einfach ein Deep Sky Objekt raus, zum Beispiel hier im hinteren Bereich. Oder Sie suchen anhand der Bilder nach einem Deep Sky Objekt. Außerdem können Sie nach einem Sternbild suchen. Dann schlagen Sie die Seite auf und schon wissen Sie, wie Sie sich dem Objekt nähern. Der Weg zur nächsten Galaxie liegt also klar vor Ihren Augen. In der Nacht ist es dunkel und doch müssen Sie etwas lesen können und Details erkennen können. Dabei hilft Ihnen diese Rotlichtlampe, weil im Gegensatz zu weißem Licht Ihre Dunkeladaption nicht gestört wird. Damit lesen Sie also, können trotzdem aber auch noch Sterne erkennen. Das ist wirklich eine Grundausstattung für Beobachter. Wenn Sie hier schauen, können Sie diese Lampe hochdimmen oder runterdimmen und natürlich auch auf ein weißes Licht wechseln. Wer schon immer mal in die Sterne blicken wollte, sich aber nicht auskennt, für den gibt es ein einmaliges Gerät. Univers2Go ist es ein Augmented Reality Himmelsplanetarium, das Ihnen live den Sternenhimmel zeigt und erklärt. Und zwar ohne, dass Sie sich stundenlang mit Sternkarten und Büchern beschäftigen müssen. Einfach App downloaden, Smartphone einlegen und los geht's. Univers2Go zeigt Ihnen Sternbilder, den Mond, Planeten sowie Nebelobjekte und versorgt Sie nebenbei mit mehr als drei Stunden Audiotexten. Ein Stück Mond oder Mars, das ist etwas ganz Besonderes und eine gute Geschenkidee für Weltraumfans. Den Mondmeteoriten gibt es sogar in zwei verschiedenen Größen. Es ist einfach faszinierend, ein Stück Mond oder Mars nicht nur zu beobachten, sondern auch in den Händen zu halten. Bei diesen drei Beispielmeteoriten ist es so, dass die beiden kleinen Meteoriten 10 Milligramm haben und der große Mondmeteorit 62 Milligramm. Das kann sich aber ganz leicht von Meteorit zu Meteorit unterscheiden. Das ist für Astrofotografen und für Menschen, die schon immer mal mit ihrer Kamera den Sternenhimmel fotografieren wollten. Bisher aber nicht wussten, wie sie anfangen sollten. Damit wird's ganz leicht. Die Omegon Mini-Track ist eine einfache, vollmechanische Mini-Montierung für Weitwinkel-Astrophotos. Setzen Sie die Montierung einfach auf ein Stativ und Ihre Kamera auf den Stativkopf. Richten Sie dann die Montierung aus und ziehen Sie das Uhrwerk auf. Das war's schon. Und dabei kommen solch schöne Fotos raus. Welche Okulare? Das ist eine brennende Frage für viele Beobachter. Denn bei den meisten Teleskopen sind im Lieferumfang nur ein bis zwei sehr einfache, oft schlechte Okulare enthalten. Dabei können Sie durch gute Okulare die Beobachtungsqualität extrem steigern. Deswegen ist es sinnvoll, jedes Einsteiger-Teleskop zusätzlich mit guten Okularen auszustatten. Wie zum Beispiel mit diesen Omegon-Chronus-WA-Okularen. Diese gibt's in vielen verschiedenen Brennweiten. Sie haben einen guten Kontrast, eine gute Schärfe und sogar bei hoher Vergrößerung ein sehr, sehr gutes Einflicksverhalten. Dieses kleine Gerät nennen wir auch gerne Superauge für den Sternenhimmel. Es ist eine Sternenfeldbrille, mit der Sie den Sternenhimmel so richtig genießen können. Denn die Sterne, die wirken heller. Sie sehen viel mehr Sterne als mit dem bloßen Auge. Und es ist ein richtiger Spaß, damit die Milchstraße zu erkunden. Das Sternenfeldglas hat 42 mm Öffnung und eine Vergrößerung von 2,1-fach. Also damit sehen Sie sogar ganze Sternenbilder, so wie Sie das auch mit dem bloßen Auge machen. Und selbst unter einem lichtverschmutzenden Himmel und sogar bei Dämmerung sehen Sie mehr Sterne. Und es ist absolut faszinierend, wenn man damit zum Himmel blickt. Und es ist super auch für Sternfelder und auch für hellere Kometen geeignet. Weihnachten ist ja die Zeit, in der Eltern, Kindern und Jugendlichen gerne ein Teleskop schenken. Aber welches Teleskop ist günstig und zeigt trotzdem eine gute Leistung? Das ist ja eine wichtige Frage. Wichtig dabei ist, dass die Montierung stabil genug für den Tubus ist. Denn nur so kann die Beobachtung dann auch Freude machen. Das 80-400-AZ3 ist ein kompaktes Teleskop für Einsteiger, aber auch ein Reise- und Kometenteleskop. Außerdem gut geeignet für Naturbeobachtungen. Eine 80-mm-Optik sitzt auf einer azimutalen Montierung, die Sie mit den Feinwellen in allen Achsen verstellen können. So folgen Sie dann Mond, Planeten und anderen Objekten und verlieren Sie nicht mehr aus den Augen. Einfach Teleskop hinstellen und loslegen. Mond, Planeten und viele andere Objekte sind mit dem Omegon 90-1000 Eco2 nur um die Ecke und sehr gut zu sehen. Es ist ein stabiles Refraktoreinsteiger-Teleskop für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Und wir empfehlen es sehr gerne und unsere Kunden sind auch total begeistert von diesem Instrument. Wer den Saturn mit dem Ring noch nie gesehen hat, damit entdecken Sie ihn garantiert. Würde uns sehr wundern, wenn Sie nicht alles über die Astronomie erfahren wollen nach den ersten Beobachtungen mit diesem Teleskop. Das Teleskop ist einfach im Aufbau. Dazu gibt es sogar ein kurzes Aufbau-Video in unserem Kanal. Das Stativ ist stabil und besitzt eine schöne Ablage für Zubehör. Die Montierung ist parallaktisch. Sie müssen sie nur noch auf den Polarstern ausrichten und schon können Sie dem Himmelsobjekt mit den feinen Wellen exakt folgen. Der Zinnitspiegel lenkt den Blick um 90 Grad nach oben für eine angenehme intensive Beobachtung. Die 90 Millimeter Optik sammelt 165 Mal mehr Licht als das bloße Auge. Damit sind unzählige Objekte in unmittelbarer Reichweite. Es macht einfach Spaß, gemeinsam damit den Himmel zu erkunden und sich faszinieren zu lassen. Das war es schon mit unseren 10 Geschenkideen zu Weihnachten. Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten mit einem klaren Himmel und vielen guten Beobachtungsnächten. Vielen Dank!